Vor nicht allzu langer Zeit wurden drei neue DLCs für City Skylines angekündigt. Das erste ist das Haupt-DLC, das Plaza & Promenades DLC, dann gibt es noch so ein Erweiterungspack mit Century Modern und nochmal Seaside Resorts. Diese werde ich vom Inhalt her noch gleich mal eingehen. Als erstes sprechen wir über das Erscheinungsdatum. Offizielle Angaben sagen bis jetzt nur Soon, Bald oder Demnächst. Man kann also jetzt nur spekulieren, wann das Update ungefähr erscheint. Die meisten sagen es September, ich würde auch Anfang September schon fast sagen, weil DLCs recht zeitnah nach dem Trailer erschienen sind. Und nun zu den Preisen. Das Plaza & Promenades DLC wird wahrscheinlich 14,99 Euro kosten. Die anderen zwei Pakete sind Content Creator Pakete, die sind in der Regel etwas billiger, die kosten wahrscheinlich 4,99 Euro. Könnte auch hier und da ein Euro teurer sein. Kommen wir zum wichtigen Inhalt. Und der hat es mal in sich. Da sind Sachen dabei, die haben wir uns schon sehr lange gewünscht und die werden das Spiel sehr bereichern. Fangen wir mit den Plaza & Promenades an. Mit 309 Assets kommen so einige Sachen ins Spiel dazu. Ich fange mit dem grundsätzlichen mal an. Es wird wieder so ein Gebiet geben, wie bei Industrie oder Parklife. Jetzt hat man so ein Fußgängerzonen-Gebiet, das kann man dann markieren. Und in diesen Gebieten kann man dann Fußgängerwege platzieren und die funktionieren dann auch richtig. Man kann sie auch außerhalb platzieren, aber dann funktionieren sie nicht mehr richtig. Das heißt, glaube ich, dass einfach kein Gewerbegebiet oder so, dass da halt keine Gebäude dran gemacht werden können. So, und das sind so ein paar von den Straßen, die dann hinzukommen. Das erste, was mich wirklich richtig freut, sind Busstraßen, nur für Busse. Einmal in der breiten Version mit breiten Fußgängerwegen und einmal eine schmalere. Finde ich super, habe ich mir schon ewig gewünscht. Daneben seht ihr noch zum Beispiel eine Fußgängerpassage mit Bäumen in der Mitte. Da hat ihr eine schmalere Version davon. Dann mit grünen Streifen, dann eine schmalere Version. Einfach ganz betonmäßig. Davon gibt es von allen drei Straßen drei verschiedene Varianten. Einmal diese hier. Eine mit dunkleren Steinen. Und noch diese dritte Variante. Alle haben so kleine Pflasterungstexturen. Hier seht ihr jetzt nochmal eine andere Straße. Diese kleine hier, ihr seht diese. Die hier, eine schmale Straße mit Bäumenstreifen in der Mitte. So etwas hatten wir vorhin noch nicht gehabt. Das gab es mit Mods, glaube ich, aber noch nicht auf der Playstation. Also wird es diese Straße auch nochmal neu geben. Und ich weiß, die gibt es auch mit grünen Streifen in der Mitte. Die Fußgängerzonen sind dann mit einer Straße verbunden, die dann mit Pollern getrennt werden. Diese Poller kann man hydraulisch herunterfahren. Und da gibt es auch eine schicke Animation bei. So können dann Rettungskräfte, Dienstleistungsfahrzeuge und alles mögliche die Müll da abholen und da reinfahren. Die fahren dann mit einer Geschwindigkeit von 20. Andere Fahrzeuge können logischerweise jetzt nicht reinfahren. Das war es jetzt erstmal zu den Straßen und Fußgängerzonen. Zu den Plazas. Also darüber haben wir noch nicht so viele Informationen. Das wurde noch nicht gezeigt, ob man die selber bauen kann oder wie das funktioniert. Das mache ich dann irgendwann mal. Jetzt kommen wir erstmal zu den Gebäuden. Es gibt über 300 neue Assets, das sind Gebäude, Straßen, Props, die man platzieren kann und so weiter. Es soll bei den Gebieten neue Spezialisierungen geben. Einmal für die Büros, für die dicht besiedelten Wohngebiete und dicht besiedelten Gewerbegebiete. Dort wird es jeweils bei jedem 24 neue Gebäude geben. Und es kommen neue Dienstleistungsgebäude dazu. Die Gebäude sind recht modern gehalten und haben diese ganzen Fassaden mit Kunst vollgemalt. Das ist diese eine Form von Street Art. So, jetzt kommen wir zu dem Mid-Century Update. Das ist so eine amerikanische Vorstadt aus den 1960ern, aber recht modern, also ziemlich viele moderne Gebäude. In der Beschreibung kann ich gerade lesen, dass es 147 erweiterbare Wohngebäude geben soll. Die Gebäude sind recht flach und niedrig. Sie gefallen mir eigentlich wirklich sehr vom Aussehen und sind sehr schick eigentlich. Was mir hier bei diesem einen Bild gerade auffällt, ist dieser Kreisverkehr. In der Mitte ist alles zu asphaltiert. Wir Konsolenspieler wissen ganz genau, dass man ohne Maut sowas nicht machen kann. Jetzt frage ich mich, hm, tun die da irgendwas hinzufügen, dass man später Flächen asphaltieren kann? Ich weiß es nicht, ich will auch keine falschen Versprechungen machen, aber für mich sieht es gerade so aus. Hier seht ihr das Ganze in der Masse und das gefällt mir richtig gut, weil alle Gebäude so eine Höhe haben und nicht irgendwelche Gebäude sind, die total aus der Reihe tanzen und einfach richtig hoch ragen. Das gefällt mir richtig gut. Es kommen fünf einzigartige Gebäude dazu, drei Hotels und zwei Restaurants. Ich glaube, hier sind ein paar Hotels, es müsste eins davon sein. Und Leute, die jetzt GTA spielen, werden dieses Gebäude erkennen. Das ist dieses Gebäude, was vor dem LAX Airport steht. Das ist dann LA. Das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es ein Restaurant ist, aber hier soll es ein Restaurant darstellen. Und das Ding ist auch dabei. Außerdem kommen so ein paar Dekorationen zum Platzieren hin und Säune und solche Zeug. Davon haben wir jetzt keine Bilder gefunden. Aber was ist da unten? Carports? Was ist das denn überhaupt? Ja, das sind diese kleinen Dinger hier. Und diese kommen ziemlich nah an Parkplätzen. Die kann man nämlich öfter platzieren, so oft wenn man will. Und die stellt man halt eher an Apartments ein. Das sind so für Privatleute und so die Anwohner, die da parken. Aber man kann sie auch, glaube ich, gut als Parkplätze benutzen. Und ich glaube, auch viele werden diese als Parkplätze missbrauchen. Hier siehst du nochmal alle Gebäude vom Mid-Sentry Crater Pack. Ich will nochmal sagen, es sind nicht alle im gleichen Paket. Es sind drei verschiedene Pakete insgesamt. Und das hier alles ist ein Mid-Sentry Paket. Jetzt kommen wir zum Seaside Resorts Paket. Dieses Paket hat eher ältere amerikanische Gebäude, die so an der Strandküste sind. Es gibt insgesamt 30 Gebäude. Neue Bibliothek, Feuerwache, Polizeiwache, ein historischer kleiner Bahnhof. Und halt ein paar Sehenswürdigkeiten auf jeden Fall. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Gebäude davon. Hier sehen wir so einen langen Pier. Ja, da ist der kleine Bahnhof da rechts. Auch nicht schlecht, ja. Da ist ein dickeres Gebäude auf dem Wasser. Und hier sehen wir nochmal den langen Pier. Ja, die Gebäude gefallen mir vom Stil eigentlich schon ganz gut. Also, ja, es geht. Ich fand, das Mid-Sentry war, glaube ich, ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob das billiger sein wird oder das Mid-Sentry vielleicht teurer sein könnte. Weil ich meine, das Mid-Sentry hat so viele neue Gebäude und hier sind halt ein paar Einzigartikel dabei. Ich weiß es nicht. Das war es auch mit meiner kleinen Zusammenfassung. Also, ich persönlich fand, Clarus & Promenade natürlich ist das Beste. Beim Mid-Sentry mag ich eigentlich auch wirklich gern. Das dritte, naja, ich weiß nicht, ob ihr es kaufen möchtet. Ich finde es nicht so ganz bombastisch. Dann schreibt ruhig eure Meinung zu dem Update in die Kommentare. Man weiß jetzt nicht, wann es kommt. Es kommt coming soon, ne? Es wird bald kommen. Ich denke nicht, dass es lange dauert. Also, ciao.